So, willkommen zurück auf meinen kleinen Kanal, Alter, man spielt. Ich nehme wieder ein paar Folgen oder vielleicht auch noch zwei, ich weiß es noch nicht. A0800 auf. Robin Awudi hat mir einen sehr interessanten Kommentar geschickt, den werde ich auch machen, auf jeden Fall. Ich werde ein paar Schoner bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und die werde ich alle nach Sir Archibald schicken und Geld damit verdienen. Wir hatten hier irgendwo einen Schoner rumfliegen, der... Hier Schnaps und Fisch abliefern sollte. Und dafür Hopfen mitnehmen sollte. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Gute Frage, wo machen wir denn unsere Brauerei? Keine Ahnung, vielleicht bauen wir die auch hier. Ähm. Steuermann! Fahre mal da hin. Aber ich überlege gerade, wenn ich diese Insel hier noch einnehme, dann müsste ich eigentlich... Genügend haben. Und auch mir fehlt ein... ...punkt für O-Ordner. Aber die Insel ist ja auch nicht klein. Aber das wäre die fünfte Insel. Aber hätte ich auch hier... vorteil gegenüber ihm ich zieh mir mal den ach weißt du was egal so bauen zehn stahl das holz mit oder gibt es die schießerei meine kanonen schießen meine arfen auf die piraten ja die menge ist nicht so einfach für die schiff unter beschuss hoffentlich kommt die krabbe weg die drehen schon ab weil ich im hafen ankomme ja du bist beladen wir nehmen diese ein habe ja eine kanone für die landkanone für tut mir leid das hat nichts mit moral zu tun kommt dahin ja noch mal kurz hierhin so und du fährst hoch zum sir archibald ich mach plus wunderbar also wir benötigen jetzt handwerker wenn ich mich nicht irre um fregatten zu bauen ja und da brauche ich so kanonen brauchen wir als erstes die schule dann werden wir mal den weg verbessern hier damit die hier besser zu schule kommen wir hätten häufiger zusammen tee trinken sollen definitiv warum bist du so auf mich ja das ist ja mach ich bereit für neue befehle ersticken sie doch daran sie nehmen mal satt ok machen wir doch nein machen wir nicht einfluss eroberer jawoll ich habe jetzt hier meine zusätzlichen ich muss unbedingt kohle machen so ich brauche handwerker sie haben an einfluss gewonnen ja super das war mein ziel ich glaube ich brauche seife als uns zusteht hier haben wir so den bauen wir auch der hafen wird angegriffen wow die insel hat schon was gebracht zwei schiffe von ihr versenkt na das bringt was schiff vom stapel gelaufen ja genau neue befehle definitiv so wir brauchen handwerker das heißt seife produziere ich jetzt ein bisschen mehr ich brauche aber produziere ich denn hier nicht gerade vier anscheinend aha ich habe hier gerade viel ausgegeben für die mhm offenbar schon minus 50 schwarze zahlen mhm von uns bei uns geht es endlich vorwärts ah das finde ich cool veröffentlichen wir erstmal so erst mal nicht keine änderungen und jetzt brauche ich hier könnte ich meine waldproduktion hin verlagern dann könnte ich hier unten weiter ausbauen das wäre eine maßnahme ja wir wollten noch handwerker bauen oder wie war das aber trotzdem brauche ich jetzt die straße schon mal hier hin zum hafen moment lager ja ja hier habe ich auch keine straße könnte auch kein lager aus haben wunderbar vier stück dann kann ich die hier später abreißen könnte jetzt schon abreißen das produziere kosten unnötige kosten so dann werden die nämlich umgesetzt dann wird das nämlich hier hingesetzt so verkaufen wir mal meine schiffe hier mein schiff so so ich fertige gerade einige schnitzereien an ah schön die gesamte königliche familie im stile eines sommerlichen Ausritts ein geschenk für ihre ja schiff ist um stapel gelaufen zur stelle und hier gibt es einen auftrag für mich wer selbst sie will den teekessel haben wo ist mein flagschiff der herold der war wirklich mein so ab hier hin bringt mir auch wieder geld ich muss gucken dass ich plus mache aber ich brauche unbedingt seifenproduktion jetzt kümmere ich mich erstmal um die seifenproduktion mhm setzt er hier hin noch die stadt hoch hier die seifenproduktion oh mir fällt gerade was auf ich habe was ganz wichtiges vergessen so mache ich das du bist so weit weg das ist ja doof aber ich brauche sowieso hier noch ein Lager für ihn hier später müsste dann reichen von der Entfernung oder oh ne jetzt komm da ok r circle dem schiff verkaufen macht sie weg sagen sie nicht dass ich einen Termin verpacken nein haben sie nicht vom stapel gelaufen ja schiff vom stapel gelaufen war ein bisschen zu schnell das schiff Der Dreck, der Gosse klebt Ihnen unter den Sohlen. Äh, ja. Hast du recht, ich muss unbedingt Seife produzieren. Oh, ähm. Seifenproduktion? Nee, Moment, wir machen definitiv Produktion alles so hier so hin. Das muss ich mal gucken. Oh, da könnte ich die Seifenproduktion hier hinlegen. Das machen wir doch auch, oder? Da haben wir schon ein Lager. Und machen wir dich hier hin. Kann ich später hier noch einen hinsetzen. Ja, das sieht so gut aus. Machen wir mal so. Ähm. Produktion Seife. Haben wir jetzt, glaube ich. Ja. Müssen wir noch anfangen zu produzieren. Ah, die erste produziert schon. Wunderbar. Ah, nee. Das ist ja, äh, Teig. Seife. Ähm. Aber ist egal. Teig brauche ich ja auch. Und es war ja keine Seife. Das hätte nicht besser laufen können. Wunderbar. Was haben wir denn jetzt gemacht? Auftragsbuch. So, ab mit dem Teekessel hin. Krabbe. Makrele. Wo immer auch du auf dem Weg bist. Dir machen wir auch mal sicherheitshalber. Und, jetzt gucken wir wegen Handwerker. So, komm. Oh, ich brauche hier Arbeitskleidung. Fällt mir gerade auf. Seife haben wir noch nicht. Arbeitskleidung. Stapel gelaufen. Ich benötige mehr Arbeitskleidung. Ne, du. Wenn wir gerade hier sind. Sona steht bereit. Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste an. Dankeschön. Schon verkauft. Das hält uns über Wasser. Das finde ich ja gut. Also die Idee von Robin, sage ich jetzt mal. Robin. Robin. Bin ich sehr gut. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob der auch YouTube-Videos macht. Robin, ich habe bei dir noch nicht geguckt, ob du Videos machst. Vielleicht machst du ja auch Videos. Das muss ich mal gucken. Im Laufe der Woche. Wir sind immer noch dabei, versuchen Handwerker zu kriegen. Wir brauchen mehr Arbeitskleidung. Ich produziere zu wenig hier. Ist die Herbsternte eingebracht? Ja. Wunderbar. Ja, danke. Das hat mir Geld gebracht. Und eins. Was möchtest du? Ich nehme sie an. Das schafft man, Herod. Kanonenboot kann ich mich anlegen. Ähm. Ja. Sprich. Arbeitskleidung. Nein, wir machen jetzt erstmal Arbeitskleidung. Garnt produziere ich eigentlich genug. Erstmal. Ich baue Schiff vom Stapel gelaufen. Einfach hier noch einen hin. Bitte, Herr. Sie sehen so untätig aus. Man bittet ihn eine Zerstörungsaufgabe an. Oh. Komm, wir riskieren es. Zwei Schoner. Kriegen wir hin. Wie geht's? Gut. Und selbst? So. Habe ich schon Schiffe wieder hier rumfliegen? Ja. Neue Befehle? Welch höchst erfreulich über... Ja. Das bringt Geld wieder. So, ich hoffe, ich kriege jetzt hier ein paar... Wurst brauchen wir. Das ist das kleinere Problem. Die schafft das hier. Metzgerei. Problem. Wurst gelöst. Getreide habe ich auch genug. Das ist auch bald gelöst. Wo ist Garn? Ich brauche jetzt... Oh, das können wir... anderweitig lösen. Mh... Mh... Da muss ich halt alles nach da versetzen umein. Das gefällt mir gar nicht. Oh, drei. Boah, das gibt ja... Mh... Okay, machen wir. Mh... Mh... So, nach da. Machen wir erstmal. Das wird... Gedreht. So. Das wird... Auch gedreht. Moment. Ach, das ist falsch angeordnet. Mh... Moment. Machen wir das so. Mh... Mh... Und dann kommt der hier dazwischen. Und du bekommst auch ein Silo. Perfekt. Perfekt. Dann kann ich das... wieder nach da verlegen. Mh... Guck mal, da habe ich sogar eine richtige Kreuzung hier dadurch. Schön. Jetzt produziere ich definitiv genügend gern. Wo ist mein... Erold, was schwimmst du hier so rum? Ich muss das Kanonenboot suchen. Mh... 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 Wo ist mein Schiff? Da. Wo mein Schiff ist... Da. Ah... Das ist mein Ziel. Feuer! Ich hoffe mal... Mh... Na, das ist ja wohl kein Problem, glaube ich. Aber da sind ein paar Piratenschiffe. Ja. Haben wir... So. Geben uns eine Stimme. Jawoll. Jetzt kommen wir in der Sache noch näher. Fehlende Einwohner. Einer. Moment, das gucken wir mal. Oh, die machen wir schon mal klar. Weil das ist... Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht nachher wieder zu wenig produziere. Zufriedenheit. Schnaps brauchte ich mehr. Bier benötige ich. Ja, das bringt mir ja nur Geld, also das ist nicht wichtig. Ähm... Die alte für die neue wird. Mh... Ich habe ihn noch gar nicht. So. Wann muss ich so hin? Mh... Kirche haben wir. Ein bisschen mehr Schnaps, dann gibt es auch mehr Geld. Mh... Wow. Ich kann erhöhen. Nein, wir machen erstmal nur den Block hier. Eigentlich brauche ich auch wieder neue Sachen. Sie haben ein neues Zwischenziel. Ja, Handwerkskunst. Fällt mir gerade ein. Schiff verkaufen. Ja. Wunderbar. War ein Ort zum Leben und Arbeiten. Das freut mich. Jetzt haben wir die Handwerker. Uh... Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich bleibe ihr... Explosion in die neue Welt. Ah... Schiff zuweisen. Jetzt hat er auch noch mein... Ah... Mh... Ich muss die Aufgaben erledigen. Meine Frisse, ey. Wo ist dieser blöde... Eine Sonderausgabe. Land der Löwen eröffnet. Wunderbar. Aber du musst erstmal das hier sammeln. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Ja, mach mich nicht hier fertig. Ich habe noch zwei Aufgaben. Die muss ich ganz schnell... Oh, das verheißungsvolle Taten liegen noch. Zeit in sechs Tanten zu entstauben. Was? Äh, nein. Ach, kann ich das auch mit ein... Ein Schoner machen? Land der Löwen. Ich weiß es nicht. So, aber ganz schnell jetzt hier hin. Wo ist das? Äh... Ein Stückchen entfernt. so ich habe einen handwerker das heißt ich kann friganten bauen aber ich habe keine kanon für mich allein ich idiot die kanonproduktion vergessen und der beschoss muss man hafen ja das ist eigentlich ganz gut hier mit meinen häfen ich sollte hier kanon hin bauen das fände sie bestimmt nicht lustig ok kanon das ist das thema weil ich nehme jetzt keine aufgabe an du läst das mal ab fällig kanonproduktion die kommt hier oben in die ecke auch hin so hier nehmen oder hier so in die ecke rein komm hier hin fällig halbfertige produkte stahl habe ich fenster brauche ich brauche Fleischkonserven die stadt wächst albin macht gut plus und könnte ich theoretischerweise so 350 handwerker das bin arbeiter das aufpassen sich bauer brauche ich noch das neuste vom neuesten steicherstadt fortsetzen ja wo bauen wir meine speicherstadt hin ich brauche erstmal fenster für es geht um ein ganz neues geschäftsfeld ja ja ich weiß aber ich benötige dafür ziegel stahl und fenster könnte ich hier so draußen in bauern die speicherstadt oder ich baue die auf der anderen seite einfach hier oben hin auch eine möglichkeit könnte ich machen aber bevor wir weiter bauen brauchen wir also mit dem schoner verkauf halten wir uns ganz schön über wasser da war eine aufgabe wo wo ist die aufgabe da was möchtest du denn von uns das muss ihnen undankbar erscheinen ja ok foto machen von der schule ich werde noch anspruchsvoll ähm nein von so das ist so wunderbar ja foto abschicken wir haben grund zum feiern dosenfisch radhaus oh das war interessant schuljahrsbeginn ja mhm die straße kann auch weg dann kann ich das mal so machen und so lass ich das mal so und du wirst verkauft wie sieht es aus mit meinen kanonen ich gehe einfach hier drauf dann sehe ich es auch drei stück fehlen noch wo ist mein schiff oh der braucht immer noch hier hoch wie lange brauchst du denn da hin koordinaten eingezeichnet meine güte ne euer drei wochen ist dahin aber dem muss ich auch noch feuer machen die werden sich auch auf den weg dahin machen neue welt ja ich muss auch die majestät dings da machen cronwall ja da brauche ich auch eine bestimmte menge an einwohner hier luftschiff umrundet oh jetzt geht es los jetzt wird es interessant okay ich sag jetzt mal ich mach hier einen cut heute ich nehm ja auch nicht so lange auf ähm ich treue davon die vier Ecken der Welt miteinander zu verbinden deshalb stelle ich meine Entwürfe allen zur Verfügung auch Ihnen vielen Dank ich werde jetzt hier die heute mal nicht durchspielen eine kurze Aufnahme nur geplant waren ja die Handwerker die haben wir erreicht und beim nächsten Mal werden wir weiter sehen was wir da machen okay mit mir gerade ein bisschen zu viel wir brauchen Fenster Konservenfabrik ich wette du bist ganz froh wunderbar das machen wir noch ja bin ich auch neue Befehle dann sage ich mal bis zum nächsten Mal ciao und schaut euch wieder ein ja bis dann bye bye bis jetzt